Musik Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr euch vorstellen könntet, eine Welt ohne Geld. Ja, ja. Könnt ihr? Ja. Wie? Ich habe alle Sachen gehabt, die man braucht, einen Haushalt. Ich habe auch zwei Kinder großgezogen und trotzdem habe ich es alles weggegeben. Musik Was haben Sie eigentlich davon behalten? Oder haben Sie überhaupt irgendwas behalten? Alles verschenkt. Als meine Wohnung leer war, da bin ich rumgesprungen und habe mich gefroren. Ich mache es, weil ich einfach das Gefühl habe, unser... das, was wir jetzt haben, so geht das nicht. So wie Sie jetzt erzählen, Sie müssen immer arbeiten und andere haben nichts. Mein Ziel ist es ja, dass andere Leute da auch mitspielen. Was haben die Menschen davon, dass sie sie ins Haus lassen? Ja, die freuen sich, wenn ich komme. Die kennen Sie doch noch gar nicht. Wie kommen Sie denn da hin? Also da hintrennen ist ja auch... Also wenn ich irgendwo eingeladen werde, schicken mir die Menschen ein Ticket. Ja. Und das ist doch so. Wieso? Es ist ganz, ganz schwierig rüberzubringen, was mir passiert ist in den letzten Jahren. Musik Das Geld lenkt ab von dem Wesentlichen. So wie es jetzt ist, geht es natürlich nicht. Das wissen auch die meisten inzwischen. Musik 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 Musik